21 26 Okay, das Ding würde das locker handeln Gut Ähm Komm Einmal basic machine casing Da So Eins Hallo Reakt Power So Nuklear Reaktor Reaktor Gym Basic plus Lead Late Ach Nein Ihr habt zu viele gebaut Ich habe zu viel zu viele gebaut Ich brauche nämlich dafür nur die Lead Plates Zack Reaktor Chambers Schonmal Drei Stück Ein Generator muss ich noch bauen Äh Und Vier brauche ich glaube ich Ja Den Rest Den kann ich mal Es funktioniert nicht Wieso nicht Wieso kann ich sowas Simples nicht schmelzen Langweilig Scheiße und Langweilig Ja Schieß die mal schön ab Versuch's ruhig So Jetzt habe ich vergessen was ich machen wollte Einen Generator bauen Cobblestone habe ich dabei Super Zack Ich brauche aber nur einen So Iron Ingot Fünf Kommt eigentlich glaube ich genau hin Also für den Anfang Zwei Zwei Drei Fünf Plus Das Ding Furance Schön So jetzt brauchen wir Zinn Zwei Stück Zack Plus Zack So Äh Redstone Redstone Und Das Ding Nein Wie baute man nochmal eine RI Batterie Okay mit einem Zinnkabel Ja Komm gib mir Oh habe ich viel Rubber Zinn für ein Zinnkabel So Hau drauf Schön Gib mir den Cutter Schön Ah Perfekt damit Und Das kann ich auch immer hinweg tun So Mhmm Jum Jum Und Zinn Und RI Batterie Fertig So Wir brauchen noch Äh Block of Iron Einen Wird wahrscheinlich reichen Na Nicht der Sondern Das Ding Du kommst weg Du kommst hier drauf Du kommst da drunter Du kommst hier hin Nuklearreaktoren Ah Mir fehlt noch eine Transcircuit So Zack Wart ihr Generator Reactor Chambers So 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 Das Ding Genau Und Jetzt brauchte ich nämlich Für dieses Reactor Teil Ich hoffe diesmal klappt es Für das Reactor Teil Brauchte ich nämlich Machines Tools Nein 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 Re Falschrum Rea Reaktor 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 Was war das nochmal genau? Es war... Nein. EU Storage war es auf gar keinen Fall. Gatherers. Generators. Da. Firing. Eiffel. Low. To high. Nine. Generators. Terraformer. Personal. Save. Cypes. Kann ich das eigentlich auch mit den Pfeiltasten machen? Nein. Schade. Machines. Tools. Bronze. Electric. Es regt mich auf, das Teil. Tools. Electric. Nein. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Boah, ich muss jetzt das nächste Mal eindeutig besser vorbereiten, denn ich weiß nicht... Ah, Reactor Craft. Wer ist damit? Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Da. Ich guck einfach mal nochmal. Könnte ja inzwischen schon mal ausmachen. Reaktor Craft. Glaube ich zumindest, dass es das gibt. Da. Reaktor Craft. Yeah. Voll so ein Reactor Craft. Permanent Magnet. Nein, 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 nein. Gut. Das ist nichts. Cooling Cell. Okay, ich muss auf jeden Fall mal gucken, wie das noch geht. Sonst ist ja eigentlich alles ganz schön. Oh mein Gott, wie geil. Ja, okay, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall noch gebaut. Gut. Dann... Ich habe hier jetzt meinen... Nein. Hier habe ich meinen nuklearen Reaktor. Den baue ich aber noch nicht auf, weil ich dann auch vorher was mache. So. Wir haben unseren Replicator. Wir haben unseren Mars Fabricator und der arbeitet wirklich schnell. Naja, sieht man ja auch. Das Ding ist fast leer. Das ist leer. Wenn ich das ausstelle. Wie schnell wird sich das erholen? Gar nicht. Irgendwie. Warum nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Oh, der zieht die ganze Zeit Strom. Achso, der ist ja noch gar nicht mal geladen. Oh mein Gott, wie viel Strom braucht der? Okay. Zack. Nein. Geldschiff. So. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Auch wenn es ziemlich... Ich fand es langweilig war für heutige Verhältnisse. Genau so wie mit den letzten Folgen. Aber egal. Ich konnte leider jetzt nichts nachgucken. Deshalb, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Schooft. Schöft. Tschüss! Welcome.